Hallo ihr Lieben und auch alle anderen, ich habe einen kleinen musikalischen Gruß hier aus der Schule, 50 Jahre alt ist das Lied hier. Also, haltet durch, macht das Beste draus und falls ihr euch fragt, was hat der alte Mann mit Bart und Mundschutz eigentlich jetzt gesungen, auf gut Deutsch könnte man sagen, das Lied bedeutet übertragen. Egal was kommt, es wird gut sowieso, immer gilt ne neue Tür auf dem Boden, auch wenn's dann nicht so läuft wie gewohnt, egal, es wird gut sowieso. Bis zum nächsten Mal.